Aufgrund der Tatsache, dass du jetzt gegen Perplex kommst Seh ich das für dich mit ganz ne zweite Chance Ich glaub, dass Julian dich nur ärgern wollt Wie wack bist denn du? Kein Stack, keine Technik, kein Flow Doch Hauptsache die Ad Clips von Jiu Die Gäste deiner Runde Sie lieber ein Meiler werden Perplex und Dainty Wir haben Top Speed wie Heisenberg Es ist nicht so, dass die Wirs nichts zu feiern hat Mit einer Quali-Träumer rausgefliegen Hat noch keiner geschafft Die Gäste deiner Runde